Nein, Thomas! Hör doch auf! Hör auf! Wir hauen Patrick runter, komm Leute, wir hauen Patrick runter! Ich bin der da her! Patrick, komm her! Nein, Leute! Nein! Ich bin der da, ich bin der da, ich bin der da! Das Ganze wird so wie Minecraft Aura ablaufen. Wir haben einen Knockback-Stick, um alle runterzuhauen. Wir haben Enderperlen, wir haben einen Creeper und so weiter und so fort, Leute. Es wird mega cool. Ich bin gespannt, ob ich das eventuell gewinne oder überhaupt einen Kill mache, Leute. Ich bin nicht so als der Aura-Spieler, aber trotzdem, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde es probieren. Ich bin gespannt. Wir haben ultra viele Leute dabei. Ihr seht es am Scoreboard, Leute. Deswegen würde ich sagen, starten wir mit dem Minecraft PvP-Event. Let's go! Okay, so Leute, das Ganze geht los. Wir müssen uns jetzt verschanzen. Ich werde erst mal zu meinem Haus gehen, Leute. Ich bin gespannt. Das Ganze, die Folge habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, aber ich habe mir so ein kleines Haus gebaut und ich werde mich hier einfach verschanzen. Und ihr seht schon, ich habe einen Stock, ja? Da haben wir einen Knockback 4 drauf. Das ist ultra krass. Ich werde mich auf meine Kiste... Okay, du kannst dich nicht mehr bewegen. Es geht los, Leute. Ich habe noch Enderperlen 16 Stück. Ich habe 20 Kürbiskuchen und 16 Stehwelle, Leute. Und dann habe ich noch Sprungkraft und Creeper, Leute. Es wird cool. Okay, mach dich bereit. Drei Sekunden, es geht los, Leute. Das erste Minecraft PvP-Event. Möge der abgehobenste gewinnen, Leute. Da oben ist schon Vero, Alter. Ey, mal gucken, ob wir den eventuell, ähm, ja, holen können. Ich würde nicht... Nein, er kommt zu mir. Er kommt. Hör doch auf, Mann. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch auf. Warte, warte, wo ist er? Wo ist er? Okay, er kämpft gegen wen anders. Ich möchte halt die Folge wenigstens etwas an Länge haben. Nein. Patrick, geh weg. Patrick, es wird ein... Alter, ich habe ihm aber schon mal die besten Hits gegeben. Es ist ein... Es ist... Alter, nein, das Creeper. Komm, ohne Witz. Ich lasse dich da unten mit den Creepern einfach alleine. Nein, Thomas. Hör doch auf. Hör auf. Okay, wir hauen Patrick runter. Komm, Leute. Wir hauen Patrick runter. Ich bin der da. Patrick, komm her. Komm her. Ja. Okay, warte. Okay, er geht da lang, Alter. Scheiße. Okay, wir essen erst mal was. Die Kürbiskuchen ist natürlich... Oh nein. Jetzt kommt Thomas, oder was? Oh Gott. Ja, Creeper explodiert. Holy shit. Okay, hier bei den Bäumen bin ich eigentlich richtig gut aufgehoben. Wir können... Wir hauen den... Ja. Komm. Flieg einfach. Nein. Oh Gott. Ich gehe, glaube ich, durch den Gang ganz kurz. Oder ich gehe, glaube ich... Nein, meine Küste ist explodiert. Äh, okay, Leute. Wir gehen nach oben. Ey, Alter, ich bin... Oh Gott, ich möchte dieses PP-Event gewinnen. Es sind schon einige raus. Fero ist raus. Mit der Buttercache ist raus. Ähm. Dann ist Zedek raus. Und, äh, Saltimax ist auch raus. Und... The Wiking ist auch raus. Alter, es sind schon einige raus. Da ist der Thomas. Nein! Nein! Ja! Oh Gott. Er jumpt wieder rüber. Nein, Leute! Nein! Nein! Oh Gott. Ja! Ich werde ihn direkt wieder... Yes! Leute, ich glaube, wir haben Kill. Ich glaube, ich habe einen Kill. Ich hau ab. Alter. Oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall einen getötet, glaube ich. Boah, Leute. Ich muss erst mal recken. Ich muss ganz kurz erst mal chillen. Ich glaube, ich habe einen getötet. Puma. Ich habe keinen Enderpellen mehr. Wenn ich jetzt falle, Leute, dann bin ich tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er muss fallen, Leute. Er muss fallen. Fall doch einfach runter. Fall einfach runter, Mann. Okay, ich esse erst mal was, Leute. Ich glaube, wir gehen erst mal weg. Das ist mir zu intens, ey. Aber er kämpft da ganz gut eigentlich. Ich hau erst mal ab, ganz kurz. Boah. Wo gehen wir hin, Leute? Das ist die Frage. Ich gehe in die Mitte, glaube ich. Da ist totales Gebettel. Totales Gebettel haben wir hier. Keiner ist hinter mir, okay. Leute, ich habe halt einfach keine Enderpelle mehr. Es ist so behindert einfach, dass ich alle Enderpellen geworfen habe. Die eine hätte schon ausgereicht. Ähm. Was eine Scheiße, ey. Okay, warte. Kann man sich denn hier gut verschatzen? Wir hauen erst mal den Creeper runter. So. Oh man, Leute, ey. Helft mir. Oh Gott. Gebt jetzt an der Stelle schon mal einen Tipp ab, ob ich dieses PvE-Event gewinne. Sorry, dass hier einfach so wenig Inhalt gerade, was am Reden, äh, was Reden betrifft. Puma kommt wieder. Puma kommt wieder. Ähm. Problem ist, weißt du was? Wir kloppen uns. Komm. Puma, wir kloppen uns. Puma, sollen wir uns ernsthaft kloppen? Ich habe keine Enderpellen mehr, ne? Puma. Komm jetzt rüber, Alter. Er geht, er kommt tatsächlich. Jetzt kämpfen wir. Ah, komm. Komm rüber. Puma. Komm. Okay, jetzt kommt auch noch Patrick. Patrick, geh eh auf mich. Ne, geh da nicht. Okay, warte, ich verzieh mich. Ich verzieh mich. Ach komm, wir hauen erst mal ab. Wir chillen erst mal. Ich möchte wenigstens ein bisschen Länge bei dem Video haben gerade. Das wäre mega cool. Äh. Okay, ich lasse die kämpfen. Ich lasse die kämpfen, Leute. Wir sind die letzten drei, Alter. Ich bin durch die Top 3 gekommen. Als ob, wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Ich bin durch die Top 3 gekommen. Alter. Ey. Nein, jetzt kommt Patrick, Alter. Jetzt kommt Patrick. Oh Gott. Geh doch weg jetzt. Okay, wartet, Leute. Ach, komm schon. Ist hier wenigstens was an. Ich kann da gar nicht reingucken. Stimmt. Wartet. Ey, ich krieg das hin. Komm. Ich habe keine Enderparen mehr. Das ist mein, 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 mein mieses Ding. Ich nehme den Trank, glaube ich. Ich kann ihn nicht wegwerfen. Ah, nee, 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 nee. Ich gehe weg. Oh Gott, Alter. Das war fast gewesen. Das war fast gewesen. Okay, nur noch vier, drei. Puma muss theoretisch eigentlich zurückgehen und dann könnte man da hinten kämpfen. Bei den Zäunen. Und dann würde es halt darauf ankommen, wer haut die ersten komplett weg. Ja. Das wäre... Puma ist unten. Puma ist tot. Letzter Kampf gegen Patrick. Letzter Kampf gegen Patrick. Patrick hat sich hinten hingeworfen. Puma lebt noch. Er lebt noch. Das gibt es nicht, Leute. Es gibt es nicht. Er lebt noch. Als ob. Als ob. Komm. Oh Gott. Er lebt einfach noch. Ja. Ja. Sure. Beide müssen sterben. Puma ist raus. Ich habe gewonnen. Yes. Alter. Jawohl, Leute. Wir haben das Pipi-Event gewonnen. Das erste. Für die planlose Insel, Leute. Megageil. Ey. Es war... Es war klapp. Es war mega cool. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Erste Pipi-Event haben wir einfach gewonnen. Hammer. Wir haben Patrick runter gehauen. Wir haben zwei Kills, glaube ich, gemacht. Mega, Leute. Lasst ein Like dafür in diese mega, mega geile Folge. Das wäre einfach nur mega cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hau da rein. Bis dann. Und, äh, schau, Leute. Nein, du hast... Hör doch auf. Hör auf. Wir hauen Patrick runter. Komm, Leute. Wir hauen Patrick runter. Ich will nicht mehr. Patrick, komm her. Nein, Leute. Nein. Das wäre... Puma ist unten. Puma ist tot. Letzter Kampf gegen Patrick. Patrick.